Schatau, kannst du dir den Crap-Dance anmachen, bitte? Könnt ihr kurz auf mich aufpassen? Ich muss die Runde in meinen Mongas YouTube-Sheet eintragen. Ja, Planung ist alles. Ich schreib mir den Timestimper auf eben. Komm mal mit, Wieland. Enter this meme, you guys getting subs. Da darf man nur mitmachen, wenn man auch Prime-Subs bekommt. Ey, so ne Scheiße. Hast du auch die Kabel, oder, Wieland? Ja, die Kabel hab ich tatsächlich auch. Wieland, hörst du mich? Ja, ich hör dich, Chantau. Ich hör Chantau nicht. Oh, Chantau. Ich hör Chantau. Er glaub, Chantau hört mich nicht. Ich hab hier keine Tasten mehr, gell? Ich hab hier unten die Pylone. Komm mal mit. Könnt ihr Chantau bitte sagen, dass ich ihn nicht höre? Ich hör ihn auch nicht. Ich hör ihn, aber er hört mich, glaub ich, nicht. Ich hab gehört, wenn man gekickt wird, dann fixt. Das ist kein Problem. Nein! Karuso oder Marc? Eine von beiden hab ich auf jeden Fall gefunden. Beide waren tot. Es war ein Punkt in Storage. Ich bin zu Storage hingelaufen und hab dann draußen den Report-Button irgendwo gehabt. Noch unter Storage. Also, ich denke, die zweite liegt vielleicht in Storage. Could be something like a Double-Kill. Hm? Wer von euch hat Hams? Richtig, da haben wir aber niemanden gesehen. Ja, da war wirklich niemand. Max war auch in der Nähe und dann bin ich runtergelaufen und da war Chantau noch. Aber den hört man nicht. Wer war unten in O2? Ich, Romatra, Chantau und Max, glaub ich. Wo ist Karuso gestorben? Also, ich glaube, einer ist, glaub ich, in Storage und eine ist vor Storage. Hm, okay. Hm. Bart, wo warst du? Mann. Ich hab mich gewärmt über der Lava. Okay. Pamir? Ich bin grad an der Lifeline. Das ist ne gute Frage. Bart, auf der Lava, oder? Ja, ja, klar. Guten Hunger, Max. Und wo warst du vor der Lifeline? Ähm, da war ich an der Temperatur. Warte, ich versuch, ich schreib grad parallel, deswegen kann ich mich gar nicht konzentrieren. Mic oder Speaker umzustellen. Hm. Ich find's süß, das ist schon auch noch, mir dann Info zu geben über den Chat. Sag mal wie, was ist dein Trick? Wo bist du? Ich glaub ich mach's dir schneller als du Flask. Ich drück einfach schnell drauf und dann ist Task schnell fertig. Das ist mein Trick. Du kannst den halt auch schon. Ich mach ein YouTube Tutorial mal bald. Denkst du, das kommt gut an, Wieland? Ich denke, das könnte gut ankommen. Was du auch machen könntest, du könntest in die, in die Among Us Commentator Szene gehen. Du könntest der, du könntest der Among Us View... Hey, mach doch erstmal die Taske, hast du die doch auch noch oben, oder? Die hab ich doch gar nicht. Hä, aber wir haben doch dieselben Kabel gemacht, dachte ich. Die hat er doch gar nicht, sagt er. Ja, es ist Flask. Wieder. Ja, wir haben ja keine Wires. Wer hat das gerade gesagt von euren Kabel? Wir haben Wires. Ne Flask, ich würd ja wissen, wir haben dieselbe Kabel. Ich war doch vorhin schon mal in Lab, um Karuso zu töten. Da hab ich die dann einfach direkt gemacht. Macht Sinn. Ah, ich hab mich verraten. Mann, ich bin ja ein kleiner Dussel. Oh, Wire. Nee, das... Dass du jetzt nicht die Wires gemacht hast, irritiert mich, Flask. Nee, ich hab halt andere. Dann hat man nicht immer dieselben Wires. Deswegen hab ich die Links im Office gemacht, ganz unter dem Tisch. Ich auch. Auf der linken Seite. Ja. Aber ich weiß nicht, wo meine Drücken sind. Wenn ihr die gleiche Start habt, dann habt ihr danach noch die gleiche Reihenfolge, soweit ich weiß, in Polis. Komisch, weil ich hatte nicht die in der Dusche. Ja, aber ist ja auch normal so ein Poster, Flask. Chantau lässt ausrichten, dass die Leiche vor Elektriker ist. Hm. Du lügst doch. Ich glaub, weiß auch nicht, ob er grade lügt oder nicht. Ich hab nicht gelogen. Ich bin damit also... Wir waren in Specimen, ja. Ja, in Lab und in Specimen habt ihr euch nicht mal gehört. Ich war oben im Lab. Irgendwann noch bei mir oben im Lab. Ich war im Lab. Ich war beim Webbase Game. Stimmt, stimmt, stimmt. Wer noch? Ich war auch im Lab. Schwarty, Max, Anni, Wieland. Ich bin grade im Office. Ja, aber Tamina. Ich wette schon, Tau faked das einfach die ganze Zeit. Also theoretisch, das wär Big Break. Anni kam von Links, die können's auch gemacht haben. Weil ich war mit Wieland grade über YouTube-Formate am Quatschen und dann hab ich von Links Anni gehört. Ey, das Gespräch will ich hören. Ich hab die ganze Zeit neben euch gestanden, als ihr Temperatur gemacht habt, über Tars geredet habt, als seid ihr hochgelaufen. Ich war so, ich trau mich nicht, die reden so viel. Die sind bestimmt zusammen Imposter. Wir haben nur ne gute Zeit. Fleske und ich. Hm. Und dann wieder. Das ist ja, dass es Fleske ist. Das ist in Ordnung. Und dann wieder. Das stört mich gar nicht. Ja, es ist Fleske. Es geht darum, das Rätsel zu lösen. Ja, ja. Es geht darum, am Ende zu gewinnen. Also, hörst du mich eigentlich? Hallo? Ja, ich kann dich hören. Achso, ja, ich weiß auch, dass es Fleske ist. Aber seine YouTube-Idee-Format waren so gute, da hab ich gedacht, nee. Komm. Den, äh, den gönnst du ihm? Den gönn ich ihm, ja. Er hat gesagt, er hat auch gestern keine guten Aufnahmen und ich fühl den Schmerz deswegen. Alter, ist es Fleske nicht? Fleske ist es nicht? Fleske ist es nicht? Fleske ist es nicht, ja. Ich hab, ich hätte... Fleske ist er nicht, aber bin ich gerade rausgekommen. Echt? Okay, dann lass mal. Dann, dann, dann gehe ich jetzt. Kann jemand sein Lab? Ja, das wird, das wird Max sein. Das wird Max sein. Oh, ich hab ja gerade gelb gesehen. Es ist Chantau. Wenn er, wenn er, wenn er jetzt hier liegt, dich hier oben, du gehst unten. Mhm. Ja. Ähm, Chantau. Ich, ich möchte, ich möchte meine, meine Stands etwas revidieren. Ich bin mir jetzt relativ sicher, dass Fleske doch kein Imposter ist. Was? Ah, ich denke... Das ist schon ein ganz schöns Hass, hä? Nein, nein, Max, Max hat den Kill nicht gemacht. Max war gerade rechts oben in, äh, in Lab. In Lab, ja. Genau, Anni. Ich hab ihn gehört, wie er gesagt hat, was, Fleske ist es nicht? Das fand ich cool. Ich glaube, Romatra ist safe. Hä? Ach so, Romatra hat's gesagt. Ich dachte, Chantau hat's gesagt. Mh. Mh, Chantau kann nicht mehr reden. Ich würd Chantau kicken. Ja, weil Chantau kam auch von links reingelaufen nach Admin, und da haben wir dann halt auch die Leiche gefunden links. Wo, wo hast du, Anni, wo warst du denn vorher? Chantau, sag mal was, wenn du kein Imposter bist. In Lab war ich vorher. Aha, okay. Deswegen hab ich auch gesagt, in Lab liegt er nicht, weil ich von da gekommen bin. Hat Chantau in den Chat geschrieben, Romatra noch links in Office rauslaufen sehen könnte, gewintet sein, schreibt er. Nee, der ist, ähm ... Nee, nee, er ist mit mir ins Besserman gewesen. Ich bin deswegen da rausgekommen. Chantau, schlechter Versuch, aber ich lass ihn dir. War nur so wack für ihn, dass er sich nicht verteidigen kann. Ja, das hält echt gut. Nee, das find ich grad gut, dass man nicht reden hört. Das find ich ziemlich gemein von dir, Romatra. Oh, was? Deswegen bot ich dich jetzt. Oh! Das ist kein Hot-Girl-Shit. Was? Das ist kein Hot-Girl-Shit? Ähm ... Verdammt. Anni, wen hast denn du gewonnen? Wo kann ich mir Hot-Girl-Shit-Lessons abholen? Weiß ich nicht. TikTok? Oh. Oder von mir. Kannst gleich mitkommen, du willst. Kann ich Instagram, oder? Oh, Chantau. Das ist dann wahrscheinlich Tamina und Chantau. Nein! Ich mach Hot-Girl-Shit. So, Fless. Falls du sie gerade bei mir bist. Die neue Map ist scheiße übrigens. Hast du die gesehen? Die ist ja riesig und viel zu verwinkelt. Ich weiß nicht, ob ich ein Fan von der neuen Map bin. Nee, das ist doof. Ich hab ja keine Ahnung, ob ihr mich wirklich hört. Jetzt fühl ich mich doof, wenn ich Selbstgespräche für was ne Scheiße. Das sind ja keine Selbstgespräche, weil er mich hört, aber das sind trotzdem Selbstgespräche, oder? Hm. Hm. Hier liegt doch safe ne Leiche. Oh, hi. Was geht? Komm, zeig mir mal, wo muss ich hingehen, um Hot-Girl-Shit zu lernen. Komm mal hierher. Ja, auf dem Vent gibt's geilen Hot-Girl-Shit. Ja, auf dem Hot-Girl-Shit. Ja, auf dem Hot-Girl-Shit. Ja. Okay. Hey, Milan! Das geht, Fless. Oh, Mann. Ja, neue Map, ne? Mhm. Ja, neue Map ist scheiße. Oh, Mann. Ähm. Jetzt gar nicht so schlecht aus. Ah, Polos halt, ne? Scheiße, ich hör Anni nicht. Ich hör niemanden scheiße. Ah! Ach so, okay. Aber Anni hör ich nicht. Aber Anni hört man nicht, ne? Ja. Wir hören dich nicht. Ist das ein Self-Report? Hm, scheint so. Ich war ein Lifeline. Das hat Taminas Robe. Ich hör euch wieder. Also, ich war Lifeline. Es ist die ganze Zeit jemand gestorben. Und dann hab ich noch mal Lifeline gecheckt. Dann ist Romantra tot gewesen. Den hab ich gesucht. Und Max muss legit letzte Sekunde gestorben sein. Hm. Wo hast du jetzt Romantra gefunden? Über den Camps. Über den Camps, deswegen. Also, Wels kann's halt leider nicht gewesen sein, Anni. Also... Hä, wollt ihr mich verarschen? Anni, du bist Imposter, oder? Nein. Anni, erzähl mir noch mal ganz kurz. Die sprechen sich schon wieder ab. Ich war mit Max. Äh, waren in Kameras zusammen. Ich war so, ich geh Lifeline checken. Sorry. Dann ging Licht aus. Licht anmachen gegangen. Ich geh Lifeline checken. Alles gut. Licht wieder an. Alles lebendig. Danke, danke, danke. Und dann... Die 3rd Imposter schon wieder. Oh, sorry! Absichtlich. Ja, ja, die 3rd Imposter. Ich fände es auch mal geil, wenn wir alle Tryharten mit... Proximity, oder? Ja, aber dann muss ja einer von euch beiden gerade jemanden decken. Oder mach ich mich damit unbeliebt? Ihr hört, das ist schon ewig tot, oder? Ja. Wir können es ja gleich in der Lobby besprechen. He! Hispfen. Oh, stimmt. def Br�alen. Weer lite journalism. Real hot girl shit. Real hot girl shit. Real hot girl shit. Üeyah urschiet.